Professionelle Beratung bedeutet Beratung mit Bewusstsein, mit professionellem Bewusstsein. Viele Lehrerinnen und Lehrer beraten Schülerinnen und Schüler im Alltag an ganz unterschiedlichen Anlässen und zu ganz unterschiedlichen Themen. Dies geschieht meist aus dem Bauch heraus. Sie haben schon viele Beratungsgespräche geführt und daher muss das nicht zwingend schlecht sein. Noch besser können diese Beratungsgespräche aber gelingen, wenn ich ein Beratungsmodul als Grundlage netze, zum Beispiel das Beratungsmodell Grow von John Whitmore oder Beratungstechnikeneinsätze, die noch mehr aus den Schülerinnen und Schülern herauskitzeln können. Denn dann gelingt Beratung tatsächlich professionell und dann ist sie besonders effektiv.